hallo und herzlich willkommen zu god of war ach du scheiße da hinten liegt echt ein riese so stelle ich mir ein riese vor also nix gegen skyrim aber das ist ein riese gut so das ding haben wir haben wir erledigt gehabt ein symbol ist weg nur was der quatsch hier soll das weiß ich nicht ist alles in immer in der falschen richtung also alles klar nummer zwei haben wir auch dann ach so ja finde ich auch ist äußerst praktisch so was ja ich weiß nur nicht was ich mit dem ding soll lassen erstmal noch der lieben alles klar alter jedes mal wenn dir gewahr wird dass da hinten so ein fettes gesicht liegt ne erschreckst dich voll machst du dafür faxen oh ne echt jetzt entspannt sehr schön 11 von 18 geschlossen mir fehlt trotz alledem noch eine rune da sieht aus wie eine rune das habe ich leider vergessen welche fehlt mal schauen alles klar zeichen des hüters ok es war aber jetzt eher enttäuschend was auch noch ruhen rätsel erwarte ich ein apfel oder ein horn na gut 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 fiese fisch war guck mal hier alter schwede der ist ja tot ne kopf des tamur wir kommen wir runter ich habe einen plan wirklich so nicht so überrascht nichts für ungut Bruder aber ich glaube dass nicht einmal Tor mit Mjölnür durch so viel Eis käme dann ist Tor ein Narr dürfte unterhaltsam werden Junge bereit gut 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 Schöne! immer noch dann so nicht aber so ja 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 Aufs Maul! Habe ich ganz vergessen, so erzählen, habt ihr gesehen, der kann jetzt auch Steine schmeißen, Männer wütend ist. Wer sagt denn hier, ihr schon wieder, ach so, hier, coole Sau, dank dir. Dicker Leben, war das da hinten noch? Und nochmal leben. Jut, 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 jut. Haben wir das? Boah, ich glaub, hat Kratos gut getan, dass ich da mal so ein bisschen sein... Boah, das war ein Wahnsinn, der... Kampf! Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel... Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das... Das ist ein kleiner Trick meines Volkes, eine Art unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und... Euer Hirn versteht nicht, was es sieht und deshalb... Sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei, äh... Drachen funktioniert es wohl nicht. Ha! Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauchst ein Atem nach Med! Er hat sich schon wieder angefasst. Die Charaktere sind doch der Hammer, ey! Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr! Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Zeichen der Zwerge. Schick! Wo sollen wir anfangen? Immer noch nix hier... zu machen. Den könnten wir machen. Tür. Mal mal. Der ist legendär, der Brustpanzer. Alles klar. Die Armrüstung ist von Tür. Die ist selten. Okay. Die Hüftrüstung ist auch legendär. Will ich glaube ich nicht. Tür, ne? Oder ist sie so toll? Hier haben wir auch schon einen legendären Acksknauf. Ein Talisman ist... Ein Talisman ist... Reine Essenz der Welten fehlt. Schade, schade, schade. Ne. Würde... Würde schlechter werden. Was immer du brauchst, junger Freund. also noch etwas für dich. ich glaube kassos nicht genug riantes noch nicht genut images hausse nicht genug ressourcen nicht genug intim nicht genug ressourcen nicht genug ressourcen kaufen Jetzt bist du erst mal versorgt. Bis zum nächsten Mal, Freunde! Jo, Jordans! Tief aus. Na ja, für einen Schneebedenken-Turm. Hm. Hm. Tessis. Ist gemein. Blöd ist auch, dass ich nicht mal ausprobieren konnte. Ja, ja. Ist ja gut. Hauptsache, wir müssen erst mal einen Zopf wegsprengen. Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist da drin etwas, was irgendwie durchs Eis an die Meißelspitze gelangt? Nein. Hm. Ich überlege weiter. Tippa, Tarei. Keine Raben. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Oho. Geht nach voraus! Schumme! Kann losgehen. Was soll denn, Leute? Was soll ich sagen? die gepanzerten die sind irgendwie die komisch manchmal sind die komplett wie sie hier grausige springer truffe macht ein rabeauge irgendwie nicht mal hier so eine klinge ja war hier mal auf diplomatischer mission ich wusste jedoch nicht das tor bereits im blutrausch unter den riesen überhaupt nichts junge das ist ja das tragische sie ergriffen keine partei in diesem irrsinn aber odys verfolgungswahn wird nur von tors blutdurst übertroffen das verstehe wer will und Das war's für heute. ja nur darüber wird komisch der zachel da gerade irritiert mich etwas soll ich wissen wird was jetzt cool auch auch so hier ist gar gar nichts kein ruf raufkommen mit dem schwert irritiert mich der die Der irritiert mich auch. Der irritiert mich nicht. Ich nix verstehen? Wie krieg ich das Ding da rüber? Ah. Okay. Oh, den größten Teil haben wir. Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Wirklich? Huh. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah. Jetzt verstehe ich. Gut. Weiter. Wie geil, ne? Das ist der Dicke. So, und... Alles klar, da. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Ich gehe kaputt. Festhalten. Oh, oh. Oh, oh. Mach das nicht. Mach das nicht. Kothos, mach das nicht. Ah, dieser Plan ist keine gute Idee. Stillkommen. Bang. Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Tja. Hammer. Was ein epischen Spiel. Selten. Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale. Aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Wir gar nicht. Hier. Junge. Ach so. Nur der Junge kommt da hin. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan? Kommt man ans Ziel nur umgekehrt dran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich. Winter. Musik mag er auch nicht. Schon gut. Versuch das. Bauer. Huist. Wettür. Sumar. Also umgekehrt. Ja. Winter. Warte mal. Äh. 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 Selbe wie... Ne. Da haben wir... Ich fang einfach mal rechts an. Da machen wir Winter. Und was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Sommer. Dann nehmen wir das als Frühling. Sommer. Herbst. Schreiben wir es. Wettür. Woll. Sumar. Heust. Hat nicht funktioniert. Hat sich ja die Reihenfolge aus Mutters Lied. Ja. 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 Wir machen wir es auf Herküche. Frühling. Sommer. da kann ich gar keine haus machen da ist ja da ist ja was ist wenn wir hier anfangen winter frühling sommer herbst jungen hoist ja adreus dieses wort thola das heißt undauern so was WTF? Das ist möglich. Meine Vermutung? Zeitmagie. Gefährliches Zeug mit dem Iron Warnbörter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufrieden, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jürgen. Oh ja? Wieso haben Sie aufgehört? Tja, wie sich zeigt, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie die Zeit über den Hut. Ich komme nicht an die Schale! Du machst Courage! Da sind noch mehr! Wie viele sind es hier? Ja! 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 Schreibt schnell weiter bevor der Boden einstürzt Schreibt schnell weiter Ich habe ihn! weiter stell zu was sie nicht aufhalten das ja 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 Was ist das? gehst du jetzt wohl? ja komm dann schreib weiter was ist hier los? richtig cool einmal echt gut wie der Junge ich mach doch nur Spaß Activision kann sich mal hier fetten Beispiel dran nehmen 300 3400 also da ist er wie bekommen wir ihn frei? wir schieben aber vertrau mir bereit leg deine ganze Kraft hinein jawohl was ist mit uns? wir springen wirklich? what? hab keine Angst warum sollt ihr nicht? ich hab dich wenn das das Jugendamt erfährt sieht gerade aus ne? dann hast du aber echt ein Problem die Spitze eins muss man dem Mann lassen er versteht es Dinge die zerstören vergiss das nicht Kopf ich denke stets daran kaputt machen kann er oh ach uah wih geil oh 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 Das Kind? Das wollen Sie mit dem Kind? Aha. War nicht eine Tür? Nö. Hm. Ja. Magni und Modi. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Sie werden ihn nicht mal finden. Alter Schwede. Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. War doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Da. Ich bin mir unsicher. Der befreit die doch da vorne. Du musst immer alles kaputt machen, oder? So hatte ich mir dort gedacht. Also nicht ganz. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Mhm. Mit Magie verschlossen. Tja. Naja. Ich mach mal ein Arschloch-Move. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge, äh, ja. Befreie ich mal die Viecher da aus dem Eis. Und, äh, ich denke der Kampf, der dauert länger als zwei Minuten. Deswegen, ich wünsche euch was. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.